Ich wette, die Blume ist eine verzauberte Frau von denen, eine von den beiden. Ah, jetzt! Uuuh! Scheiße. Da ist ein Schalter. Und du hast den Schalter kaputt gebumst. Nein, ich hab' ihn geguckt, was er macht. Er macht das Tor auf. Du musst diese Blümchen-Dinge hier, die hier rausschießen, wahrscheinlich umlenken auf den Schalter. Nehm' ich jetzt mal an. Ich versuch' mal hier hoch zu springen. Keine gute Idee. Aua, aua, aua. Ach, du schießt mich hier mit Kugeln ab, ne? I'm dead. Das ist jetzt noch klug. Jo. Wie soll man denn das schaffen? Ich weiß es noch nicht. Ich hab's auch noch nicht raus. Ii. Hä? Ach, komm. Ich weiß nicht, wie das geht. Keine Ahnung. Ah. Man muss hier irgendwie hochkommen. Ah, ich hab so ne Ahnung. Was denn? Moment, ich probier's mal. Tatsache. Huah. Geschafft. Was denn? Du musstest auf die untere, dann auf die linke, die sich wegklappt. Also die wegklappt, wenn du drauf gehst. Dann auf die noch eins weiter links. Dann klappt sich die rechts wieder hoch und dann klappt sich die oben hoch. Komm. Also zweimal nach links und dann nach rechts zweimal. Musst du ziemlich genau teilen. Das ist doch viel zu schwer, per Melz. Ich versuch mir nicht, wie wir uns spielen. Guck mal was. Du cheatest da wieder mit den Teleportal-Dingern rum. Ja, ich glaub, ich hab das hingekriegt, aber jetzt müssen wir da noch rüber. Uuuaah. Ne, so ne lange Planke krieg ich nicht hin. Aber... Uff. Äh. Oh, entschuldige. Ne, 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 ne. Oje. Wenn ich jetzt hier aufstelle... Ah. Ich dachte, dann kann man das Gleichgewicht irgendwie halten von dem Ding. Hab ich ja eigentlich auch gerade gedacht. Noll. Ne, ich bin zu leicht dafür. Klein mit dem Dicken. Ich wollte gerade sagen, wie, du kommst da jetzt nicht rüber. Bist du rüber? Das ist schaffbar. Achso, muss ich jetzt wieder hochkommen. Und. Zum 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 Schluss. Warte, warte, warte. Okay. die richtig hin dann kann ich mich da auch drauf stellen so komme ich nicht hoch ich doch du kannst auf den ersten vorsprung jetzt komme ich dann geht nicht ein bisschen weiter nein 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 ich will nicht zaubern ich will nicht zaubern ich will nicht zaubern ah Gott sei Dank ja so komme ich nicht mehr hoch felse mach deine Sonja wie kommt ich jetzt darüber hier ist irgendwas großen ganz viel ich bin ich habe es geschafft ich bin ich habe mir selber eine Planke gelegt und es ging ich habe es dir gut gemacht ich dachte ich kann das blocken kannst du auch aber nicht von allen Seiten achso von da geht es auch noch ja retirement ja ok ähm du blocken geh runter blocken links du runter blocken links ich blocken doch nein links achso das was von links kommt musst du blocken achso und ich muss hinter dich damit ich magic machen kann achja damit du oben machen kannst ein Stachelballibuff äh Stachelballibuff ja toll da kommst du drüber wieder hoch dann musst du wieder switchen das ist ganz schnell mit Sonja Stachelballibuff ja komm oh 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 hm Extreme Failure ah aber so ist es gedacht ich bin mir sicher jetzt solltest du vielleicht irgendwie was anderes tun außer mir die Kugeln zurück schließen ahaha ahaha scheiße ähm stell die Kiste mal vor uns wohin? vor mich so ich bin ein Zaubi ja ich hab Angst du musst das nicht weg blocken du musst das nicht weg blocken nicht blocken nicht blocken ok geht zu dir so ich bleib jetzt für stehen uuua siehst du so ist das Gitter da ist ne magic platform oder magic platform oh ein Brummkreisen aber ich kann sie nicht bedienen mhm ich bediene das Rad hier wie denn na mit magic ja kannst du es drehen ah wo wir draufstehen ooooooooh wie auf so ne lustige Plattform wo und jetzt wo stehe ich auf einer schwebenden Plattform cool hier sind so viele davon höher 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 noch höher wuuu ich hab hier ein Hebel aber wie betätigen sie diesen Hebel und ein Secret ich weiß genau dass hier ein Secret ist wo denn da da oben ich war da eben drauf hua ach sicher mach's dir doch nicht immer so schwer da Kasteil hallo ein Jander Gemälde gefunden oh shit du solltest oben den Hebel betätigen weil ich bin schlauerweise runtergefallen jo Moment wow hebel betätigus ich hab grad ganz viel kaputt und ich weiß noch nicht was ja ich glaube oh im Ernst im Ernst im Ernst im Ernst I gonna try it oder auch nicht ja du cheatest dich dann natürlich wieder rüber ich fahren mir eine Brücke ich fahre mir eine Brücke ich fahre mir eine Brücke ich fahre mir eine Brücke woooooh uoooooh ooooooh nee du schattest dich schon mit dem Ich fahr wie in den Brökeljump, renn in den Ton. Spring rein, spring rein, spring rein. In das Portal, ich bin noch nicht bekloppt. Dann spring in das andere. Hui, hui, hui. Höher, und noch höher. Gebt nicht höher. Gebt bestimmt höher. Los, jetzt geh mal zum nächsten. Ja, fast. Los, los. Jetzt geht's gar nicht mehr. Fast. Und, na wenigstens das. So, jetzt gehen wir zum nächsten Wiederbelebungsdings, getötet. Ja, geh mal einfach so zum nächsten Wiederbelebungsdings. Es ist ja nicht so, dass da eine fette Brücke über einem riesen Abgrund schwebt. Und hier wahrscheinlich Gegner kommen. Aber in Frage kommt immer ein Wiederbelebungsgedöns, gedöns, dies du. Da ist eine Spinne, siehst du das? Die Spinne kommt selten allein. Gut, er zaubert erst mal Kissen, er erst mal Kissen zaubern. Ähm, ja. Und jetzt? So, lassen wir das als Notfallsicherung. Oh, er war auf den billigen Plätzen. Ähm, schwinge ich mal rüber. Da drüben noch was isst. Nicht? Geht nicht. Ähm, Ich muss das Meister-Power ran. Geht nicht. Los, schnell, Timing. Äh, scheiße. Ich muss schon richtig schön rechts das machen, nicht hier bei mir. Und was ist? Ich made it, ich made it. Hier ist ein Safe Point und ein Rahum und Feuer und ein Topf und, äh, und ein Krondeuchter und ein Hebel und noch ein Topf. Und jetzt kommen hier Mobs aus dem Topf. Und das ist ganz schön... Und das Feuer dreht sich und ich hab Angst, ich komm zurück. Und Kampfmusik. Vereil dich bitte. Ja, ich überlege, wie ich da rüberkommen soll. Vereil dich bitte. Boah, ich bin da. Boah. Das Feuer dreht sich und ich hab Angst. Mach du die Mobs, mach du die Mobs. Mach die Mobs. Mach ich doch. Äh, 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 äh. Äh, 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 gedings, gedöns. Überlegt man es einfach so da drauf. Weil es da wohl im Schacht. Nee, ich glaub nicht. Oder ich muss ein... Oh. So kommen neue Mobs. Mach ich. So aber nicht. So, nee. Nee, so kommen wir auch neue. Nee, so. Ja, so, ne? Ein bisschen nach rechts noch. Aber wieso, so kommt doch keine Mobs. Drehen wir noch ein bisschen nach rechts und dann fropf ihn einfach drauf. So, ja, 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 ja. Na doch, das wird er doch von der Seite herhitzt. Ach so, von der Seite auch noch. Mach ich einfach fropf hier drauf. So. Mach ich fropfer. Gut. Aber hier rechts noch. Mach Mobs. Äh, äh, äh. Da ist fropfer. Hier ist ein Hebel, übrigens. Okay. Eeh, äh, äh. Uuuh, 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 uuuh. Mach dir Feuer unterm Arsch. Hallo, Drachie. Dass du das so schwer machst. Hallo, Drachie. Drachie ist hier. Ich glaub, Großheim. Drachie? Wo denn? Dick, nein, Drachie ist nicht hier. Ich wollte dich nur verarschen. Uh, guck mal. Uh. sie das haben der Städte ich habe drei Punkte hier gegenstände machen war um es ist alles freigeschaltet 3. kann nicht bewegungsunsicher machen ich finde es der Wischung man kann jetzt 1 2 3 4 kann ein Häuschen bauen die ist super ich gehe jetzt hier nach rechts ich will nicht ich will nicht willkommen Fremde ihr habt alle Fallen für die Kobolde hinter euch gebracht ich bin Rosebell einst war ich Königin dieses Landes was wisst ihr über diese Kobolde die Kobolde sind vor langer Zeit hier eingefallen sie zerstörten das Königreich und der Wald verwilderte Frau Königin wissen sie etwas über eine sprechende Blume oder wissen sie warum die Pflanzen so wild wachsen ich kann euch mehr verraten aber erst müsst ihr mir helfen draußen am See ist ein Schloss das Haus meines Vaters dort sitzt nun der Kobold König und beschmutzt die Hallen er schlagt ihn und ich sage euch alles ihr könnt alle Schätze die ihr findet behalten ist ein langer Bader Pontius nahm Isabels Einladung zum Abendessen sofort an als ihre Gastgeberin sich für die Nacht zurückzog sammelten die Helden ihre Stärke bald verließen sie das unheimliche Haus es war schon spät aber ihre Aufgabe trieb sie weiter und ich würde sagen wir machen jetzt hier erst mal ein bisschen was ist schon eine feine Dame ja ich denke sie möchte jetzt hier böse mal ich rushe hier einfach durch woaa ok wir rushen einmal durch das muss krank vor Sorge sein oder sehr wütend oh 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 was ist das durchraschen 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 oh ich bin tot das ist der Charles tot durchraschen oh oh ne das ist das aber wir machen das Level nächste Runde ich bin auch gegessen worden ähm egal aufhören ok also wir sehen uns beim nächsten Mal vielen Dank fürs Tücher und bis dahin und düblü